Oh, wir müssen gleich den zweiten Zug noch einsetzen, wir müssen gucken, wo der sich hier rumtreibt. Bitte springen Sie jetzt. Dankeschön. Der steht genau an der richtigen Stelle eigentlich, dann kannst du schon auf die... Da drücken, da drücken, dann ist der auch unterwegs. Wir drücken mal so. So. Wo war ich jetzt gerade? Hier drüben war ich jetzt gerade. Ich muss die Linie nochmal umbauen, und zwar die hier. Die drei muss da wieder raus. Alle auf den LKW 01. Der LKW 02 ist dann der wahren LKW. Fährt von da nach da. LKW 02. Der bekommt Güter. So, das habe ich auch gemacht. Dann brauche ich Straße, nur sichtbar. Auf was wartet ihr? LKW 02 und LKW 01. Können wir hier nochmal 5W vertragen. So, kannst du mir jetzt... Danke. So, LKW 01. So, LKW Clubs. LKW 02. damit fahren wir schon mal weiter speichern zwischendurch mal live heute ist der 8.1.16 den können wir wieder zuklappen so das haben wir auch gemacht ich denke mal noch dauert eben die tour zu lange schauen wir mal hier kurz rein sagen wir mal kurz eisenmann den haben wir jetzt auf elf minuten unterdrückt acht und neun minuten sehr gut der hat jetzt schon mal 25 meine güte die fahren hoffentlich fröhlich aneinander vorbei sehr gut und der fährt im block abstand hinterher auch schön so dann gucken wir uns mal den hier unten an den habe ich jetzt angebunden den habe ich noch gar nicht angebunden okay deutlicher geht es nicht hier waren ein paar pferdekutschen noch nicht kohle guter oh nicht genug geld na gut so das haben wir gemacht das haben wir gemacht jetzt wollte ich mir die neue lok angucken die wir vorhin bekommen haben die hier fährt schon 60 und die fahren sogar 80 sprich du auch okay dann müssen wir hier ersetzen 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 durch den da bis umfang wie hat der dronne 10 hat 2 4 6 8 10 äh ja so schnell wie möglich die hier auch 2 4 6 7 so schnell wie möglich und den am besten auch 2 4 6 7 das hätten wir alles gesetzt so das haben wir gemacht so wenn wir gleich schon dabei sind hier die mal noch setzen die können dann sprich über 100 bleiben Postkutsche die anderen habe ich gerade erst erstellt das geht mir mehr um die Postkutschen so was haben die denn eigentlich von der Lebensdauer hier habe ich vorhin schon noch nicht geguckt weiter 2 Jahre weiter 2 Jahre also am dienen von der Lebensdauer 20 Jahre hat er gesagt 25% 20 Jahre sind 5 Jahre und werden die ja in 3 Jahren schon wieder ausgetauscht der Lebensdauer der Lebensdauer so das war jetzt das Netz jetzt gehts weiter Autosave erstmal dann gehts weiter da was haben wir denn noch so für Städte hier rum fahren rumfahren dann lasse ich zwischen den bei Städten im Bus fahren und zwischen denen da hoch Bus fahren und dann müssen sie halt umsteigen wenn sie nach oben wollen weiter was geht denn hier ab alter sag ich hier was los auf den Linien aber es fehlt momentan an Fahrzeugen Öl Öl ich weiß noch warum was die gerade abgeht aber ist egal 2, 4, 5 den da brauche ich wo bleibs jetzt oben ja na gut da steht natürlich 18 Öl ne Linienbenutzung nein wie bitte was Linienbenutzung ja Moment Aha alles klar dann hauscht da am besten nochmal Fünfe rauf dann dürfte da auch nicht und dann halt stopp dann kriegen die auch nochmal Fünfe mit Güter mit Güter so dann schauen wir mal so das haben wir gemacht das haben wir gemacht interessant wird es halt sich erst ab 1900 da haben wir noch ein bisschen vor uns glaube ich bei 1858 gut jetzt haben wir das versorgt wo laufen denn diese vermeiden vermeiden Güter hin die drei Güter wo lang biegen die jetzt ab ich habe eine Vermutung aber ja also was sagt uns das wir hätten gern wir hätten gern mit so ist der LKW die drei Wir können mal entspannen, was jetzt passiert. Dürften denn die Güter echt nicht mehr runterlaufen? Ne. Tag mir nämlich fast gedacht. So, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Jetzt warten wir, bis die 5er Einheit hier unten ist. So, ich will ein bisschen mit Abstand fahren. Dann schauen wir mal hier rein und gehen mal kurz hier rauf. Okay, der ist umgestiegen schon und der ist auch schon umgestiegen. Okay, der wartet wieder mal. Na klar, jetzt sind die beiden hier natürlich... Der GZ-03 ist ein bisschen im Nachteil. Aber dürfte auch demnächst soweit sein, dass die ausgetauscht werden, wenn das nicht geklänkert vorhanden ist. So, ich setze die zweite Fünferreihe dann ein, wenn sie hier unten sind. Ach, was soll's? Hau rauf denen. Immer rauf da. Jetzt fangen die doch wieder an zu laufen. Einer ist gelaufen. Ich hab's ganz genau gesehen. Und scheinbar hoch zu fahren jetzt auch alle mit dem Zug. Und runter zu fahren sie jetzt dann auch mit um meine Kutschen. So, jetzt können wir uns doch um die hier unten wieder kümmern. Und gleich ist mal in der ersten Stunde voll. Ich bin begeistert. Also, wir nehmen hier. Nach hier. Und hier würde ich gern was ausprobieren. Moment. Das machen wir innerstädtisch. Überland wird schön bust bleiben. Fahren wir die größere Runde. Halten hier vorne nochmal. Halten hier vorne. Bleiben wir auf der Hauptstraße. Halten hier. Und hier. Solider Plan. Der kommt da hin. Wir fahren von da nach da. Jetzt sollten wir die Farbenaube wechseln auf Knallgelb. Halten hier. Verdammt. So, dann fahren wir rüber. Wir fahren hier rüber. Wir fahren hier zurück. Und da wieder hin. So, das können wir so lassen. Das ist die ULB3. ULB03. Zack. So, dann brauchen wir das Depot. Und... Das Depot. ... ... ... ... ... ... ... Zwei, vier, fünf. So, hier geht auf die Ü, B, äh, oh, 0,3 hat er draus gemacht, hoppala. So, dann hätten wir das auch erledigt. Ähm, den hier. Schon rennen unsere Pferdchen wieder los. So, dann sind wir in der Stadt. Die Stadt möchte jetzt noch mit Stolkner am besten verbunden werden. Oder? Moment mal kurz, was ist denn hier los? Ach, hey. Haben die irgendwelche Bugfixes hier rein gemacht? Ähm. Den da, Fahrzeugersatz. So, verlängert. Der ist auch, warum fahren die jetzt bitte hintereinander? Da müsste so viel leer ankommen. Sechs hast du dabei. Dann warten wir kurz. Bis zum nächsten Mal.